So, Freunde der Sonne, das nächste Video steht an. Diesmal sehe ich auch direkt, welches Spiel das ist. Es heißt Belz, ist vom Spielehersteller Hölle Games. Ich habe das Video, wie das andere vorher auch, nicht gesehen, Freunde der Sonne. Keine Ahnung, was hier abgeht. Sieht auf jeden Fall nach einem Früchte- und Direktgewinne-Spiel aus, so mäßig. Also, ich denke nicht, dass es hier Freispiele oder so gibt. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ein Einsatz ist ein Euro, Guthaben 1141,78 Euro. Let's go. Der kriegt doch hier bestimmt so 7 oder irgendwie mäßig, oder? Hä, warum? Jetzt Freispiele? Mit den Kirschen hat er Freispiele gekriegt, oder was? Okay, 5 Spins auf einen Euro, okay. Musik ist so klassische Spielhallen-Mucke, so mäßig. Symbole sind wir auch alle gewohnt, Freunde. Hier, Kirschen, Trauben, Melonen und so, das kennt man alles. Zitrone. Okay, volle Reihe Zitrone, nice. Das war der letzte Spin, oder was? Was hat er denn jetzt? 30 Euro? Oha. Ey! Alter, hier ist mit Leiter, oder? 660? Oh, mach den! Ah, nee. Ja, das ist es nämlich, Junge. Ja, oh, alter, stark. Okay, das ist eine wilde Leiter. Alter. Warte mal. Boah, also. Und man hat drei Leben, oder was? Oha. Also, das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant aus. Ich dachte gerade, okay, 30 Euro gewinnen. Aber, äh, dann aus dem 30er hat er noch 660 gemacht. Äh, finde ich geil. Also, äh, gerade weil es den Leiter gibt, Freunde. Ihr kennt mich ja, ich bin ja der, ich bin ja der Leiter-Profi. Aber, äh, ja, Bels von Hölle Games. Äh, sieht nice aus. Sieht nice aus. Alle weiteren Informationen unter dem Video hier, oben in der Beschreibung, wo auch immer, Freunde. Checkt das gerne aus, ähm, und bis zum nächsten Mal.